Dann warten wir mal auf den Guten. Du bist hier? Na klar. Schöne Aussicht. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Ja, dann geh vor, mein Freund. Und damit herzlich willkommen zurück. Part Nummer 46. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Ja, dann geh rein. Aber warum muss ich zuerst rein? Das ist deine Schwester. Sebastian, wo bist du? Ist das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey! Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein! Ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Wir haben gar nichts gemacht. Okay. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauch einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Doch, das wollten wir. Das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens, schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünfklässer sein, von dem Sebastian erzählt hat. Entschuldigung. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Sebastian, das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Es muss... Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Der Junge raubt mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach N sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ja, Sie klingen wie Sebastian. Denken, Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Ja, aber, ähm, das müssen wir ihr ja nicht sagen. Wir können ja im Hintergrund trotzdem weiterarbeiten und müssen sich damit nicht behelligen. Das wäre so ein Mittelding. Aber warum gibt es das immer noch? Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder. Besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte. Nicht, was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich weiß, dass er wütend ist, aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar, seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer, als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters, wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Aans Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Rannrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Auf keinen Fall. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Okay, aber warum arbeitet ihr nicht zusammen? Warum gibt es immer... Ich habe also... ... ... Lass mich mal überlegen. Also klar, wenn die Heiler sagen, sie können jetzt erstmal nichts für sie tun, ist das natürlich aktuell... Lass mich mal überlegen. Lass mich mal überlegen. Au! Erkennst du halt echt kaum. Das war dein letzter Fehler. Levios, ab hier! Hier zu sein! Bleib dir noch! Bring doch! Bleib dir noch! Habla! Habla! Ach, komm schon. Ist doch kein Problem. Nopes Mädchen. Papfer. Wirklich, wenn die Kobolde versuchten, etwas zu löschen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rockwood. Sollen wir uns mal umsehen? Klar. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Hm. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Kann es sein, dass das Ministerium vielleicht geschmiert wurde? Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Revelyum. Mehr habe ich nie gehört. Hat das etwas mit alter Magie zu tun? Nein. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ja, bin ich doch dran. Da war ich wahrscheinlich für das Spiel wieder zu schnell. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Revelyum. Sebastian. Das habe ich schon mal gesehen. Das Haus. Den Brunnen. Den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Okay, jetzt wird es gruselig. Oh. Sebastian. Hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Revelyum. Sebastian. Dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen. Und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein. Keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookroot sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Macht Sinn. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Jupp. Gut. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Ach hier. Gingadium Lediose. Gingadium Liedose. Gingadium Liedose. Gut, machen wir es halt so. Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Komm doch einfach her, du Lappen. Ich bin hergekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nichts mehr getan zu haben? Ich kann ihn nicht in die Augen sehen und aber doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schief gehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchung fortführen, sicherlich. Ah, sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Das ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar eigene Heiler tun für sie, was wir können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen. Die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, der so alt war wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihn etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir eben so grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leiden zu erlösen. So, Tagebuch, Tagebuch. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Omen, es wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Omenis. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Ja, dann mach's doch. Ich halte dich nicht ab. So, aber wie viele Minuten? Zu 20. Komm, dann wird der Part ein bisschen kürzer. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. So, bis gleich.